Naja, bestimmt, wir mussten ja bei 1 anfangen. Wir hatten ja nicht genug Gold. Ich hatte es kurzzeitig schon wieder verdrängt, aber okay. Dann gehen wir hier nochmal durch. Fast-Forward-Button wäre super. Aber ist eigentlich okay. Eigentlich macht das sowieso Sinn, weil je mehr Gegner wir platt machen, desto mehr Chance haben wir auf Essenzen, wenn ich das richtig sehe. Vom Gold mal ganz abgesehen. Yay, mehr Essenzen. Ich glaube, die anderen beiden Essenzen waren Schaden und Crit-Chance. Das ist auf jeden Fall Crit-Chance. Das andere muss ich nochmal nachgucken. Wir sind ja... Ich glaube, wir können jetzt auch erst ascenten, wenn wir Level 200 erreicht haben, meine ich. Nicht wieder bei 100. Also es geht quasi in Dimension 1 auf Level 100, bei Dimension 2 auf Level 200, bei Dimension 3 auf Level 300 und so weiter und so weiter. Heißt, wir haben jetzt eh ein bisschen zu tun. Von daher kann ich mir damit im Nachgucken noch Zeit lassen. So, und das Vieh müssten wir jetzt eigentlich mal locker platt kriegen. Jawohl. Ich habe diese dramatische Musik dazu im Hintergrund. Ich erinnere mich daran, dass wir den Neid freischalten. Ich habe keinen Bock auf diesen Ambushed-Kram. Gott, das Schwert mit den Augen. Wenn es überhaupt Augen sind. Vielleicht trägt das auch noch seine Eier am Griff. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich es wirklich wissen möchte. Wahrscheinlich möchte ich es einfach nicht wissen. Ziemlich sicher möchte ich es nicht wissen. Oh Gott, ich überlege gerade, wo ich diese komischen Augenviecher, die gerade schon tot sind, gesehen habe. Ich habe bei irgendeinem Let's Play... Ich bin mir gerade nicht sicher, bei welchem. Könnte Starbound gewesen sein. Irgendeine Folge Augenklaus und Brause genannt, was hier ja jetzt auch irgendwie ganz gut zusammenpasst. Das müsste eigentlich Starbound gewesen sein. Frag mich nicht. Aber irgendwie hatte ich spontan wieder dieses Augenklaus und Brause im Kopf. Ich hatte jetzt keine Brause im Kopf, aber ich habe keine Brause da. Aber wie viel schneller es einfach schon geht. Allein dadurch, dass wir halt am Anfang ein bisschen Stuff einkaufen konnten nach dem ersten Run. Okay, Ambush nervt ein bisschen. Aber dass wir jetzt halt schon eigentlich ganz entspannt in Level, naja, fast entspannt in Level 25 gehen, ist schon ganz in Ordnung. Ich werde vermutlich auch relativ zügig wieder damit anfangen, dass ich, ja, so Standard-Runs, wo nichts weiter passiert, außer dass wir Goldfarmen, dann wieder quasi Off-Screen machen, wie das bei Idle Games dann standardmäßig irgendwann passiert, dass halt zwischendurch immer ein bisschen was passiert. Zwischen den Folgen quasi. Weil es ist dann halt auch irgendwie so 30 Mal das Gleiche am Stück. Das ist für das Let's Play halt auch nicht so super spannend. Es sei denn, ich habe irgendwas Hochdramatisches zu erzählen, dann kann man das natürlich machen, aber ansonsten muss ich nochmal gucken, werde ich das hier hauptsächlich auf die neuen Gebiete, neuen Upgrades, neuen Items, neue Sachen beschränken. Ich werde auf jeden Fall mal drin lassen, wie ich meine Relikte level, das definitiv. Ja, ich glaube, ich werde vorerst nur das stumpfe Farmen rausnehmen und dann sehen wir mal weiter, wie sich das Spiel so überhaupt entwickelt, das weiß ich ja noch gar nicht. Ich wurde übrigens darum gebeten, ob ich nicht mal ein Tutorial machen kann, auch basierend auf einem englischen Guide, den es schon gibt. Und ja, prinzipiell kann ich das irgendwann machen, aber ungern, solange ich selber halt wenig Ahnung vom Spiel habe. Weil ich meine, ich kann den natürlich stumpf übersetzen, aber das ist dann halt nicht wirklich ein Tutorial in dem Sinne. Also schon irgendwie, aber ich mache sowas eben ganz gerne, indem ich halt nicht stumpf die ganze Zeit ablese und einfach übersetze, sondern indem ich gern einfach selber Ahnung vom Spiel habe und einfach drauf los erzählen kann, weil ich weiß, was ich erzählen muss. Und davon möchte ich halt nicht erst den Guide auswendig lernen. Also wenn ich ein Tutorial zu dem Spiel irgendwie mache, dann deutlich, deutlich später. Nicht jetzt so. Weil im Moment, da habe ich halt noch nichts vom Spiel gesehen. Also nicht viel zumindest. All right, na, gescheitert dann. Da reiße ich aber zumindest ein bisschen Equipment und Kram dazu bekommen, dass es soweit okay. Okay, außerdem können wir das Ding einmal leveln und das ist ganz in Ordnung. Und dann brauchen wir Sodas. Ach, die ersten Sodas sind ja auch total günstig, das habe ich total vergessen. Na, die nehmen wir mal noch nicht mit. Das bleibt alles, das finde ich ziemlich fantastisch. Also wir müssen tatsächlich echt nur die Sodas neu kaufen. Okay, das heißt, wir können ja jetzt mal hier kleine Sleep-Offer-Party machen. Und wir kriegen dann zumindest mal die Conscripts mit rein. Und Raffians. Healing Items ist okay. Waffen muss ich mal gucken. 10 Crit, 15 Crit für plus 30. Naja, aber dann nehme ich lieber die 10 Crit für plus 75, weil die 5% Crit Chance hauen es halt nicht raus. Weil selbst mit einem kritischen Treffer machen die Schwerter weniger Schaden als das Dinget. Das hingegen kann ich mal verkaufen. Nicht, dass es viel bringen würde, aber... Bringt halt auch nichts, aber die Holzschwerter können auch mal weg. Okay, dann haben wir noch die Anessenz über. Ich hätte natürlich mal überlegen können, kann ich den aus der Party wieder entfernen? Oh ja, ich kann ihn feuern, okay. Ich weiß halt nicht, ob ich die anderen hier mitnehmen möchte. Der sieht halt prinzipiell... Ich schmeiß die hier mal ganz kurz raus. You will keep here, okay. Wenn ich die Items behalte, dann ist das okay. So, ich schmeiß die mal ganz kurz raus. Dann nehmen wir Spaß, deshalb haben wir mal den Gladiator mit. Ja, okay. Ist das bei allen so? Okay, den Banker können wir nicht mitnehmen. Ja, okay, schade. Gut, dann hätte ich mir das total schenken können. Ja, gut, wenn jetzt keine Ruffy ins Land kommen, dann machen wir jetzt halt eine Party noch mit Conjurant. Das ist jetzt auch nicht fantastisch, aber... Dann ist das jetzt halt so. Äh... Schade. Okay, Versuch, was wert. Und Abfahrt, aber wir starten mal. Ja, ich weiß, am Anfang starten macht Sinn, aber ich möchte in der Tat, solange ich keine Heiler habe, erstmal auf jeden Fall ein bisschen die Level-Obergrenze pushen. Das fände ich, glaube ich, ganz okay. Und wir kommen hier einigermaßen vorwärts, von daher... Und wir haben zumindest immerhin eine Essenz bekommen, das heißt, wir können das Live-Dingend gleich nochmal upgraden. Das ist, glaube ich, sowieso... Ja, wobei... Das Schadensdinge wäre vielleicht echt sogar noch praktischer gewesen als erstes, ja? Also, solange wir nicht ambushed werden, ist es halt auf jeden Fall besser, wenn wir die Viecher... Oder die Monster halt platt kriegen, bevor sie Schaden machen können. Naja, gut, beim nächsten Reset dann. Das läuft besser als erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte irgendwie gedacht, wir kriegen mehr aufs Maul, aber... Machbar. Mal gucken, ob wir den fetten Arschkäfer jetzt wegkriegen. Oh, ja, offensichtlich. Das war jetzt unspektakulär. Ah, komm, gib mir die hier unten. Nee. Nee. Ja. Der Troll mit der Fackel, der... Der Breakdance in der Troll mit der Fackel, ich weiß nicht, der hat so einen... Der kniet, sitzt, läuft... Also, ich habe keine Ahnung, was der macht. Sieht seltsam aus. Ich finde es ganz gut, dass die ihre Healing Stones so sinnig einsetzen. Bin ich ja fast nicht erwartet. Okay, jetzt hoffe ich bei dem Schwert wirklich, dass es Augen sind, weil sonst hat es ein ernsthaftes Problem. Nooo, nicht Pyroblast. Hm, na, 40 schaffen wir wahrscheinlich nicht mehr, oder? Also, ich halte es für uns wahrscheinlich. Dafür machen... Dass wir mit dem Heilen nicht mehr hinterherkommen, das wird das Problem sein. Wir hätten die mit den Healing Stones definitiv nach vorne packen sollen. Aber vielleicht hält er sich jetzt selber? Okay, das hat zumindest mal was. Jetzt greifen natürlich alle vier an, zum Glück greifen die verschiedene an, okay. Dann könnte das tatsächlich doch noch klappen. Ein bisschen Glück. Ist keiner mehr verreckt. Kriegen wir Mr. Obermufti hier vielleicht sogar platt. Der Pyroblast ist natürlich unschön. Heilung. Oh, haben wir ihn nicht mehr. Schade. Aber wir kriegen ihn trotzdem platt. Nice. Nehmen wir nochmal die unten. Und es ist eine Coral Plate. Okay. Kann man machen. Ich muss jetzt eigentlich nur dringend mal zusehen, dass wir die Küche auf Level 7 kriegen. Das wäre ganz gut. Mit 3.500 kommen wir da natürlich nicht weit. Das ist irgendwie so. Das ist irgendwie so, dass Sinnbild für ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Oh Gott. Crap people. Tastes like crap. Talk like people. Irgendwie muss ich da auch immer an das zweite Buch aus der dunklen Turmreihe denken. Aber nun ja. Wir kommen einfach erstaunlich viel weiter, als ich das gedacht hätte. Finde ich ein bisschen gut. Ich meine, okay, auf die 50 brauchen wir uns jetzt wirklich keine Hoffnung mehr zu machen. Dadurch, dass wir jetzt schon zwei Leute verloren haben, können wir das heute total knicken. Wobei, wer weiß. Gut, direkt in die 55 war vielleicht ungünstig. Zumindest können wir dann in der 51 starten. Ja, okay. Der mampft uns halt total weg. Bedauerlich. Okay, aber zumindest 3.500 und eine ganze Menge Stuff. Das ist soweit okay. Damit kann man leben. Und Essenzen. Dann können wir nämlich das Ding noch einmal leveln. Oh, verstehe. Das verdoppelt sich. I see. I see. Okay, dann möchte ich die ganz gerne haben. Die kostet zweieinhalb. Die möchte ich eigentlich auch haben, oder? Dann haben wir zwar definitiv nicht mehr wirklich viel zum Anheuern. 150. Wobei, das geht noch total klar. Conjura, check. Conjura, check. Fighter, check. Und du brauchst auf jeden Fall einmal ein Healing Item. Ganz ehrlich, auch du kriegst jetzt mal, keine Ahnung, du kriegst mal das. Du kriegst das, du kriegst das, und du kriegst das. Und da sind wir doch, glaube ich, eher schon glücklich mit. Wie sieht das bei den Schwertern aus? Die sind... Oh, hallo. Das heißt, du möchtest idealerweise das Ding haben. Will ich dich noch was tauschen? Nee. Nee. Die können eigentlich alle weg. Die Basic-Schwerter. 36 Gold ist jetzt zwar echt nicht die Welt, aber ist schon okay. Das Ding kann weg, das Ding kann weg, die können weg. Die können... Wobei, die können nicht alle weg. Was ist das hier mit? Ähm... 15 Mana, my ass. Die Stein kann weg. Alright. Und weiter geht's. Aber wir starten doch nur in der 41, weil wir den Boss nicht besiegt haben? Meh. Okay. Geht klar. Aber läuft. Finde ich gut. Also es geht echt deutlich, deutlich schneller als vorher. Und das alleine durch... Ja, allein durch die Tatsache, dass wir direkt mit 5 Leuten in der Party anfangen konnten. Und angesichts der Tatsache, dass wir die jetzt halt Hitpoint-technisch einfach schon ein ganz gutes Stück pushen können, Schaden wäre echt sinniger gewesen, aber nun ja. Hinterher und so, ne? Weiß man ja immer mehr. So, können wir da jetzt bitte mal was platt machen? Das wäre ganz schön. Oh, nicht doch. Äh, das ist nicht gut. Fuck. Ich bin echt unglücklich gelaufen. Kriegen wir wenigstens die Essenz noch? Fragen über Fragen. Ja, müssten wir eigentlich. Na, wobei, die haben alle kaum Hitpoints. Frage, ja, okay, ist recht, aber. Okay, zumindest eine Essenz abgelaufen. Jetzt können die sich ein bisschen heilen. Aber das wird es total gewesen sein. Ja. Ja, okay, schade. Nun ja. Okay, zumindest noch ein bisschen Kram gefunden. Ich würde sagen, ich farme mal einfach ein bisschen, bis wir so ansatzweise wieder auf dem Stand sind, wo wir vorher waren. Also, dass wir zumindest die Holy Fist schon mal wieder haben und dass wir die Healer anheuern können und ein bisschen mehr Equipment haben und so, ja, ein paar Level auf jeden Fall weiter sind. Und dann geben wir es auf jeden Fall mal an, dass wir, nee, Moment, dass wir die Küche aufwerten. Das machen wir dann auf jeden Fall mal wieder in der Folge. Aber bis dahin erstmal vielen Dank fürs Zugucken. Angenehmen Tag noch und macht's gut, haut rein. Und tschüss. Punkt liz ändert. Das mathematic ist glücklich. Ja. Wenn ich dann Vielen Dank.